hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer tim und ich begrüße euch auf timrp zu diesem infovideo und zwar wollte ich darauf aufmerksam machen dass diesen sonntag es eine special edition meines lands bulldog ls19 oldtimer projekts geben wird und zwar wird es diesmal kein let's play sondern ein live stream geben diesen sonntag um 15 uhr wird es ein lands bulldog ls19 oldtimer let's play live stream geben ihr könnt alle mit dabei sein ich freue mich auf euch ich hoffe ihr guckt zahlreich vorbei und ich hoffe ihr feiert es auch dieses projekt auf meinem live stream zu sehen so können wir uns live auch zu dem projekt austauschen ihr könnt mir tipps geben ihr könnt ja wie der name schon sagt live dabei sein wie gesagt ich hoffe ihr guckt vorbei in diesem sinne bis sonntag 15 uhr im live stream macht's gut